So richtig chillig. Scheiße, die verdammte Sandblume, es stirbt brennlich. So richtig dry-hardig gerade versuchen, die scheiß Sandblume umzugehen. What? Ah. Und da war sie tode. To-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Na, wer will noch mal, wer hat noch nicht. Hallo. Oh, Unheilspilz. Ah, scheiß Kartoffelmine. Oh Mann. Ich stehe in Flammen. Was? Nicht schon wieder. Nein, nicht schon wieder tot. Brennst du etwa für deine Gegner. Aber, hallo. Hopki, bitte wer? Boah, Alter. Fickt euch doch alle. Ja, komm, bring mich um, ey. Ich spiele jetzt kein Inchi mehr. Nee, es reicht jetzt. Ich glaube, ich spiele es wieder Allstar. Allstar, auf geht's. Dreimal eine komplette Sitzung. Ja gut, dann muss ich das nächste Mal gleich Allstar spielen. Ich bin so mega ineffizient mit dem hier. So mega ineffizient. Das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Alter, mit dem kann man echt ziemlich lange am Stück schießen. Tuch. Achso, halt. Hä? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das gibt es doch gar nicht. So. Wir schleichen uns einmal von innen an das Gebäude. Okay. Erwecken hier noch ein paar zombiöse Freunde zum Lieben. Zombiöse Freunde. Zombies fürs Leben. Elite-Zombie. Die Partner-Suche. Verdammt. Äh, was soll denn das? Elite-Zombie. Dass auch ihre Liebe unsterblich wird. Irgendwie sowas. Ja, eigentlich sind sie ja schon tot. Ja eben. What? Nein, 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 nein. Nicht mich fressen. Tschüss. Aber wie man hier schön sieht, sind Zombies doch sterblich. Doppelt gestorben Heldwissen. Nein, nicht du, nicht du, nicht. Nein, du Arsch. Hop-Kjoms-Kick. Ach, blöder Name, den lese ich nicht vor. So. The gates are open. So. Guten Tag. Ich mach mal hier. 3, 2, 1, go! BING! 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 Äh nein, da ist er. Äh nein, da ist er. Shit. Äh nein, da ist er. Ja, muss das heute nicht so sagen. Clubhouse! Wir... Oh 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 oh. Ich bin gleich tot. Ja. Jupp. Verdammt, warum ist das nur mit 1 Sitz bereit? Verdammt! DEMION! Zack! Zack! Zack, 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 zack. BING! He 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 he. What the hell is that? Na, guten Tag. Wollen Sie mal wieder rauskommen hier? Liebe Sonnenblume, ich werde Sie vernichten. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Doch jetzt. Ach, verdammt. Bringe fünf Zombies in das Anwesen. Da habe ich nicht das Ultra-Tackling da drin. Wichtig halten. Ach komm, das schließe ich jetzt ein. Der Ballau... Nein! Doch! Was ist das denn da? Der Ballau hat jetzt nicht so geklappt, wie es klappen sollte. Der war knapp. Direkt doch, du dumme Sau. Warum gibt es hier eigentlich keine Ansage, wenn man da reingeht? Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ja, könnt Ihr mal machen. Huah! Schnapper! Brutter Schnapper! Hallo, Leute, ihr blockiert alles. Irgendwie ist das doch nicht so effektiv. Das war so dumm. 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 Es ist ja hoch, Walnuss-Kanonen zu zerstören. Trinkt's echt. Kriegen einfach alle Spieler 250 Minusen. Oh nein, jetzt haben die mich eingefroren. Ach ja. Ha! Ich bin der erste Zombie, wie der reingekommen ist. Gut, 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 gut. Oh, nur noch zwei. Manu! Vielleicht schaffe ich es auch noch rein. Oh, ne. Einen noch. Ich glaube, da kommen jetzt so viele andere. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Nein, ich... Ich wäre gleich drin gewesen. Schade. Ah, da, da war ich. Wenn ich kurz springen sehe. Fast wäre ich drin gewesen. Naja. Aber ein perfekter Sieg. Das stimmt allerdings. 11.740 Münzen. 13.345. Oh Gott. Letzter. All-Star-Level-6-Pack. Aha. Und ein weiteres Zamboss-Down-Pack. Okay. Ach, nur die SGE ist mittlerweile bei uns. Okay. Während sie das Pflanzenteam leert. Ah, ne. Ah, verdammt. Ich dachte schon... Erdgatz. Geil. Was? Erdgatz ist bei uns im Team. Bestimmt keine Einspielung auf Gazprom oder so. Erdgatz. Wie Gazprom? Ah, ja. Carly Knox. Arsenal. 1, 2, 7, 3. Ryan Spelling. Edn... 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 Ednicha? Coole... Coole Rübe. Ah, ja. Ich wollte gerade irgendwie Coole Rübe lesen und hab dann gedacht, nein, das heißt Coole Rübe. Aber Coole Rübe wäre doch auch ein cooler Name. Ja. Ein Cola-Name wär das dann, ja. Coole Rübe. Das war früher, wo ich immer Pover gelesen hab. So als kleines Kindes. Ich hab früher... Früher hab ich echt gedacht, das würde Germani heißen. Ja, zu Germanen, Germani. Ja. Ist das ein Parfüm? Nein. Ihr meint, das passt doch. So. So, mit dem Allstar war ich gerade eigentlich recht erfolgreich. Ich glaub, das mach ich einfach weiter. Ich glaub, ich nehme mal wieder die Gagde... Nein, ich wollte die doch anpassen. Hey, du bist im Pflanzenteam? Ja. Aha. Okay. Bist du im Zombie-Team, oder wie? Beklärt dich jetzt schon? Ja. Ich hab doch gerade gesagt, ich war mit dem Allstar erfolgreich. Also nehme ich den weiter. Ja, das stimmt. Ja, klar, klar. Ja, ich hatte gerade kurz hier Besuch, deshalb war ich abgelenkt. Genau, Setzer. Aus-Rages zelebrieren. Gut, das war jetzt nicht wört-wörtlich. Aber... So ähnlich. So, ich hab gerade nichts gehört von dir, weil ich wieder mal ein Disconnect hatte. Toll. Ich wollte sagen, dass ich Deshalb kurz abgelenkt war, weil Man mich doch darauf hingewiesen hat, dass es schon Spät ist und ich nicht so viele Outrages Zelebrieren soll Warum schüttelt Warum streckt er mir den Arsch entgegen und schüttelt Dann diesen? Ich bin empört Das kann ich nicht gut heißen Es gibt voll die geilen Inti-Towns Da gibt es so einen, wo er den Entgegen streckt, wenn er so drauf klatscht Dann schwabbelt alles Oh ne Oh, das ist stylisch Darauf steht der Popo an Natürlich Sau da, Bengel So Wollen wir mal Yeah, 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 yeah Geil Ja, die anderen haben wir auch noch Meinen tollen Kill da Geklaut Herzlichen Dank dafür Oh, diese blöden Killstealer Das klang gerade eher wie Killstealer Statt Killstealer Ich bin der Killstealer Ich verkaufe Kills für Geld Ja, natürlich Wer genügend Münzen zahlt Ja klar, aber natürlich nur über mein Offshore-Konto Ist doch klar Ist doch logisch Nein, so ein Volksbank-Konto ist doch bloß noch brave Tarnung Tatsächlich weiß ich darüber gar nicht mal so schlecht Bescheid, dass ich eigentlich auf eine Arbeit hätte lernen sollen Gut, ja, ähm, nun Ah, ja, okay Ja, also tatsächlich bin ich da doch, ja, in der Materie eingearbeitet Ach nein, das ist auch nicht schon wieder Ah, gut, dann muss ich nochmal kurz auf den Schuss rausgehen Weil du eine Arbeit in Wirtschaftskunde machen musst, darüber oder wie oder was? Nein, ich hätte eigentlich auf eine Arbeit lernen sollen Ich habe keine Lust und habe mir dann eine Stunde lange Doku drüber reingezogen Na gut, da lernt man auch was Ja, da lernt man auch was Ich habe da, ich bin da mal in die Praxis übergegangen Aha Jetzt kommt es raus Ja, klar, das ganze YouTube-Money Ja, ich bin da mal in die Praxis übergegangen Ja, eben Deshalb, ja Wobei ich mir tatsächlich die Werbung angucke Das Miese wäre, ja Selbst wenn hier plötzlich 5 Milliarden Leute klicken würden Ich würde eh nichts kriegen, weil ich so brav war und mein Äh, tatsächliches Alter angegeben habe Na gut, okay, mit Unschrift der Eltern und so weiter und so fort, aber Eigentlich Wo ist denn das? Wo ist denn das? Ich bin auch so böse und habe hier GTA 5 gespielt, obwohl das ja 18 ist Ey, du bist schon, also Weißt du, sowas geht nicht Nee, das Das ist nicht in Ordnung Da kommt dann, ähm Verdammt, wie heißt denn die Stelle nochmal? Äh, die Bundesstelle für jugendgefährdende Medien kommt dann Und die klatscht dich dann um Jawohl Wahrscheinlich sind das hier auch heute die Gegner Ja, natürlich Wobei, das ist ja tatsächlich ab 12 Ja Eigentlich sind alle schwierigen Gegner von der Bundesstelle Denn die wollen nur, dass man frustriert ist und immer spielt Tatsächlich könnt ihr aber nicht Ja, ich hab, hast du, du hast das wieder reingekommen? Ja, hab ich Ich fand das so witzig Ich hab das sogar zweimal angeguckt Einmal im Bus auf der Fahrt in Schulantreiben noch mit nem Kumpel Also witzig war Ja, dass du's auch mal gesehen hast Spielcharaktere Ach gut, jetzt funktioniert's wieder, sehr schön